Hallo Leute, herzlich willkommen aufs Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde aus Flipper. Und heute kaufen wir uns das Haus der Admin-Legende. Hier gucken wir auch mal, das ist das Haus einer echten Legende. Komplette Ausschlagung, beim Kauf gelten die Regeln, die unter Kami Cool abrufbar sind. Kaufen noch mal das Haus und wechseln dahin. Ach du Heilige, wie das jetzt schon aussieht. Leute, ich bin noch ein bisschen krank, wie man eventuell auch hören kann. Keine Ahnung, meine Stimme ist ein bisschen anders eigentlich. Nicht so wie jetzt. Ja, ich frage mich echt, wann das mal weg geht. Also ich habe das jetzt schon, keine Ahnung, wie lange. Ja, egal, wir gehen rein in die gute Stube. Wir müssen eigentlich, glaube ich, nur Müll und so was ein bisschen weg machen. Und dann, der Rest ist eigentlich noch ganz gut, wenn man mal so sieht. Ja. Was ist denn das hier? Entfernen. Ne, das wollen wir nicht entfernen. Aber es ist tatsächlich schon ein bisschen besser geworden mit dem Husten. Warum ist hier ein Laptop? Ich glaube, ich lasse das auch alles hier so, wie das hier. Warum sind hier zwei Fern... Die Dinger jetzt hier nicht, aber... Warum... Ach du Kacke, hier sind ja... ...blöde Tiere. Warte mal, ist das Ding kaputt oder was? Oder warum ist das so komisch? Oh, das ist so ätzend. Wartet mal kurz. Müssen wir kurz was testen. Ist das schief, Leute? Ne, ist gerade, okay. Sorry. Nee. Ne, es ist doch schief, ne? Ach egal, es kommt hier trotzdem hin. Was ich hier mal verkaufe, ist das hier alles? Na gut, die Verminigung jetzt nicht. Na, das auch nicht. So, wir machen erst mal das hier weg, würde ich sagen. So. Zack. Gut, jetzt müsste ich doch das hier hinstellen können, ne? So, zack. So, die Verminigung packe ich einmal hier drauf. So. Fenster reinigen wir natürlich auch einmal. Denn wir machen hier alles. So, machen wir hier auch mal Licht. Äh, ich sage schon. Das ist so, was ich meine. So. Oha. Das sieht geil aus. Gar nicht mal so übel. Warum sind hier überall Tassen? So, ich würde sagen, wir verkaufen auch hier die ganzen Tassen, oder? So. So, zack. Bam. Okay. So, wir müssen hier auch hier noch wegmachen. Also, die hat schon ewig keiner mehr gewohnt, wie man zieht. So. 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 Okay. Ah, jetzt. Geil. So. Ach, hier ist ja auch noch so ein blödes Ding. Die Mieter merken sogar den kleinsten Müll. Okay. So. Perfekt. Passt doch so. Joa, finde ich gut. So, Laptop. Du kommst auch hier einmal drauf. So. Die Maus auch. Okay. Gehen wir mal in dieses Badezimmer. Das ist eigentlich noch recht sauber. Wenn man es mal so sieht. So. Zack. Eigentlich recht sauber ist es schon, oder? Warte mal. Hier fehlt irgendwas. Waschmaschine. Aha. Waschmaschine. So. Die bauen wir natürlich hier auch ein. Hoppala. Was war denn das für ein Geräusch? So. Die können jetzt hier auch rein. Hallo. Jetzt. Und. Zack. Bam. So. Jetzt fehlt hier aber noch irgendwo was. Ach. Die. Die. Bade. Bade. Heizkörper. 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 Sorry. Nee. Wir suchen einfach nach Heizung. Ja gut. Wir müssen. Badezimmer. Toiletten. Nee. Waschbecken. Nein. Elektronische. Äh. Hä? Wie heißt denn das? Badezimmerheizung. Badezimmerheizung. Na okay. Findet ihr nicht. Ähm. Nee. Ich werde nichts sagen, aber ich finde diese scheiß Heizung gerade nicht. Es muss doch elektrische Ausrüstung sein. Badezimmer. Hä? Das gibt's hier nicht. Na gut. Dann gibt's für euch halt keine Badezimmerheizung. Ich find die nicht. So. So. Dann mal was. eine Klimaanlage 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 so zack, einmal montieren so, wir schrauben hier also mal einmal fest so bam fertig so, jetzt müssen wir in dieses räumige Zimmer rein moin, moin, moin so so hä, warum sind denn hier so viele Monitore egal so, jetzt müsste überall eigentlich alles leer sein, also sauber sein, meine ich so einmal neu rein zack, zack, zack bam okay, so aber die Fenster reinigen meine Stimme verabschiedet sich gerade schon wieder so und so okay jetzt hier alles fertig, oder was? jetzt hier mal schon machen wir mal wieder überall die Fenster zu und die müssen wir sogar noch reinigen so zack, zack, zack zack, zack Leute wir haben es glaube ich jetzt fertig ist irgendwo Müll äh, schmutzmann Sauberkeit das mag ich her das hast du jetzt schon zum Monatsmahl tatsächlich gesagt Leute ich würde sagen wir verkaufen das Haus zur Auktion gehen ja wir haben bezahlt 64.000 okay wir werden jetzt schon wieder 72 okay 80.000 kriegen wir machen wir mal ein bisschen mehr hier ich würde schon sagen 2.000 mehr oder? so 2.000 mehr das wären dann 18.000 Gewinn und das passt schon alles klar wir nehmen's okay Angebot annehmen Angebot annehmen so zack 80.000 habe oder nicht habe sage ich dazu nur so okay Leute ich würde sagen das war's mit dem Video wenn es euch gefallen hat lasst gerne liken abrufen kommentar schaut außerdem auch mal im diskursor vorbei der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt aktiviert natürlich die Glocke damit ihr keinem Video mehr verpasst habt haut rein Leute euer Salo auf tschau qué ihr Untertitelung des ZDF, 2020